Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meiner Reihe. Wie immer, hauptsache es geht zumeist einem so gut. Heute kommen wir uns in einem neuen Access Titel an und zwar Carrefour Sale. Da du mir ein Autohostor nehmen und bauen das so ein bisschen auf. In diesem Game spielst du mal die Hauptrolle, weil dieses Game übernimmt den Stimmennamen und das wäre jetzt dumm. Wenn ich da die Runde so nehmen würde. Nicht wundern beim Stryker nicht spiel. Wir haben zwei Führermeldungen in der MAD, wo da Genitalien vorhanden sind. Das bewegt den anderen. Aber das soll uns auch gar nicht blühen. Also das nicht ganz so gut reagiert. So. Ich habe ein bisschen eingespielt. Und wir können das hoher arbeiten. So. So. Und jetzt immer 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 putzen. Putze putzen. Und natürlich kann ich die Stryker noch nicht einstellen. Also geht das manchmal nur los vor Impfung. Aber das soll uns dann nicht aufhalten. No. No. Dann Okay. Oh. Ja, natürlich habe ich erst einmal gesagt, du warst da eigentlich nur umzugucken, kann ich mir das vielleicht auch umzugehen, das ist manchmal bei mir ein großes Thema. So, wir haben hier noch kein Geputzmittel, aber die werden wir noch weiter kriegen. So weit geht's, jetzt bin ich hier mit dem Geputz. Ich gucke gleich noch mal mit rein. So. 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 Wow. Er sagt, dass es nicht nur übermügel ist. Und er sagt, dass es nicht mehr so es geht. Er sagt, dass er nicht mehr so ist. Und er sagt, dass es nicht mehr so ist, sondern es ist nicht mehr so, dass es nicht mehr so ist. Okay, um, ja, sehr gut. Aber, und, 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 und Wir haben einen Lachbader. Was ist das los? Wir kommen nach einmal. Wir haben einen Abdeck. Wir sind gerade auf uns. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, dass ich noch nicht so eine Präsentung eingehe. das ist eher ein Steigen. Aber, mein Gott, erst mal eine liebe Brüder mit dem Bock. Aber, mein Gott, erst mal eine liebe Brüder mit dem Bock. Das kostet. Denken Sie, der Rostum, der Teuer. Also, der geht nur nach dem Optikgrad. Vielleicht haben wir gekonnt, die Kacheln noch. Ich bin noch billig. Okay, jetzt haben wir später wieder. Wir hätten dir das Auto angucken können. Das ist ein Auto angucken, der Zeit ist ab hier. So, das ist ein Auto angucken. 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 die Musik zu sehen. Also der ist mir da mal lieber. Der kommt irgendwann später zu uns. Der guckt nur noch einen schönen Gurke, wo man es abtüttelt. Und dann ist er so, der kann sich so teuer werden lassen. Alles, was relativ sauber aussieht, können sein, dass man sich so leicht genug kann. Aber der ist auch nichts. Mo-mo-mobile sind auch, oder ja. Ich würde sagen, Smart-Maten untergehen im Büro. So. 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 So wie er geht, veräldet es aber mal ein bisschen. Hm. So wie geht es? Hm. In Zukunft werde ich diese Reparaturen einschneiden. Danke. 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 Dann gehen wir da klar, sie machen, was sie machen. Ich darf nur kurz gehen. Das soll ich doch was kosten. Also ja, finden Sie alles. Ich habe mir echt nie da. Der Preis ist so gut, aber ganz ehrlich, wenn man eine Kante kann ich das nicht so gut. Aber sonst. Okay. Danke. Finden Sie doch immer eine Kurve. Ja, ich kriege noch eine Kurve. Ja. Ja. Okay, nein. Wenn Sie einen Mühle holen können. So. Hallo Herr. Wissen Sie, dass Sie sich überlegt. Ich nehme mir auch Mülle. Wenn Sie irgendwo so Probleme hat, kommen Sie mit mir hin. wieder in Halloween description. Aber ja gut, das war mir auch keine Applaus-Things. So, sag, die Karte hat keine Fäden, so können die Jungen das direkt in den Verkauf schicken, also werden, noch, dann werden wir das einbauen, wenn ich gehe. Oh, nö, nö, nö! Oh, nö, nö, nö! Oh, der 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 Oh, der der Das ist ein Meister. Das ist mir nicht so, was wir machen können. Das ist mir nicht so, was wir machen können. Aber... Das ist ein M toller. Ja, da kann ich hier sein. Und das ist so. Ich bin der Gau. Wir tun jetzt das Ding gleich mal anbrechen, sodass wir gerne ein Hüller anbrechen. Dann geht es noch ein Bissi. 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 Ja, prima. Ja, prima. Ja, da bräuchte man nur noch eine Luft holen. Du bleibst nicht weg. Du gehst ja gleich mit deinen Händen hin. Sagt. Hier ist auch eher gut. Da bräuchte man nur noch ein Auto. t Ich habe Marinaaken. Ich hätte drühe weiter. Ich glaube, wir machen nur auf die Ecke und holen da ins Gleis rein. Wir haben knapp noch eine Minute, bis die Gurken aufgefahren werden. Ich werde nicht mehr so gelesen machen, wenn wir Gurken kaufen. Ich werde nicht mehr so gelesen haben. 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 Ich habe nur mit dem Team Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2021 Ja, wir sind in der Bluebeck. Das war ein bisschen saubig. Ja, weiß. Wo kam? Die war mega da immer. Schon auf dem... Schon auf dem Ding. Auf dem Feld. Da die gar nichts mehr haben. 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 Und dann, wenn ihr Bock habt, machen wir eine zweite Folge. Da die gar nichts mehr haben. 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 Da die gar nichts mehr machen. Da die gar nichts mehr machen. Da die gar nichts mehr machen. Da das alles was kriegen. Ich wollte einen Bock. Eigentlich klein. Das hat mich 8000 reingeziehen. So wie beim Einen. So. Und nicht immer lassen wir die Putze auf. Da ist natürlich nichts drin. Von Diebe sind ja eh nicht drin eingebaut. Da kann man die Putze auch auflassen. So. 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 So wie es aussieht. so. 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 Vielen Dank.